Ja, hi Leute, ähm, ich habe jetzt mal einen DOS 1 bis 10 gemacht und ich habe das jetzt gemacht, als ich jetzt anguckt, weil die normalen, wenn ich jetzt nur eine Tür machen würde, dann würde das einfach viel zu kurz sein, das Video. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich nehme jetzt 1 bis 10, als ihr es anguckt und dann könnt ihr das Spiel ab da weiterspielen, weil die Lösung kennt ihr ja jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.